Gerade ging es nochmal um Titanfall und jetzt um einen Ganzkörper-Controller? Seit der Wii und Xbox Kinect hampen normale Menschen ganz ohne peinlich berührt zu wirken vor ihren TVs rum. Durch diverse Kameras und Sensoren können die Bewegungen gelesen und umgewandelt werden, so dass wir ganze Spielewelten kontrollieren, fast ohne einen Controller in die Hand zu nehmen. Blöd nur, dass diese Kameras dabei alles sehen und teilweise auch aufzeichnen können. Wie wäre es also mit einem Controller, der all diese Funktionen ohne Kameras kann? Das Kickstarter-Projekt Prio VR soll das möglich machen. Durch Sensoren, die kabellos an dem Körper angebracht werden, kann der Spieler die Figur im Game steuern. Und das sogar ziemlich präzise. Dazu gibt es zwei Handcontroller mit Joysticks. Das System wirkt fast wie ein Motion Suit für Filme. Drei verschiedene Varianten stellt Entwickler Jade Technology in der Kampagne vor. Finanziert wurde sie schon, sogar mehr als ursprünglich angesetzt. Offiziell geht das Kickstarter-Projekt noch bis zum 31. März. Die Summe ist aber schon längst drin. Die Frage ist nur, wer würde sich so viel Zeug an den Körper packen, nur um zu zocken? Die Summe ist nur, wer würde sich so viel Zeug an den Körper packen, nur um zu zocken, 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 nur um zu zocken. Die Summe ist nur, wer würde sich so viel Zeug an den Körper packen, nur um zu zocken, nur um zu zocken, nur um zu zocken, nur um zu zocken, nur um zu zocken.